moin moin leute aus hamburg es ist hier noch ein bisschen diesig was nicht daran liegt dass wir hier nebel im norden haben sondern dass ich gerade die linse gepustet habe jetzt seht ihr mich wieder klarer es ist jetzt freitag und wir haben es viertel vor acht und ich stehe mal wieder vor meinem riewe getränkemarkt des vertrauens und hol mir jetzt moin monster für heute so freunde tant ist weg und das wird natürlich gleich in monster zero investiert ihr seht hier gibt es alles an getränken ist auf der einen seite geil auf der anderen seite hasse ich rewe deswegen weil du in dem normalen supermarkt nicht die getränke christian ist immer in den separat angelegten getränkemarkt laufen scheiße ich will doch einfach mit flaschen abgeben und dann manchmal auch keine special extra rumlaufen also nicht so mein hier seht ihr monster ich wollte auch mal andere ausprobieren jetzt wo die kalorien steigen kann ich mir auch mal ein paar carbs mehr erlauben schreibt mal in die kommentare welche am besten findet von den ganzen rehab ich habe gesehen manuell mag die ganz gerne wie viel nehme ich mit nochmal drei mit erstmal ausgestattet und dann sehen wir uns später im gym und auf dem weg zum gym freunde willkommen zurück im auto die gewohnte perspektive ich bin jetzt auf dem weg zum training mit tapia schulter arme und der gute mann sitzt noch beim friseur und muss sich die horre schön machen lassen das dauert ein bisschen länger deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich noch mal kurz einkaufen gehen allerdings natürlich nur sachen die nicht kühl gelagert werden müssen und nutze die zeit schon mal aber ich sollte eh noch ein paar sachen brauche und dann sehen wir uns gleich im gym wir gehen ins macfit gestalt hoch und filmen das ganze natürlich ab und dann sehen wir uns wenn es wieder heißt das training ist durch kleine planänderung auto ist dreckig wir sind in der waschanlage in der selbst waschanlage keine ahnung in der waschbox ein bisschen dirty aus hier aber ich werde das auto mal ein bisschen auf vordermann bringen wenn der herr tapia sich die haare schön macht man riecht das auto schön und fahrt dann ist schön so auto ist fresh wer mag es wenn sein auto fresh ist jeder glaube ich wenn die deutschen lieben es sowieso ihr auto sauber zu machen weil wir deutschen unsere unsere unseren fahrbahnuntersatz wir lieben ihn einfach ja jetzt geht es ins gym zehn nach elf habe gesagt spät so ein halb ist er da also gehe ich schon mal los und ich finde es nicht so gut zuerst ich habe ich habe es ist ich bin ich bin ich bin ich bin Das ist Schulterarmtraining. Perfekt. Was machen wir vorher? Aufwärmen. Ja, definitiv. Ich wärme auf, du filmst nicht. Ich bin dabei. Also, so müsst ihr das machen. So, so, so. Dann checken wir euch mal den Fernseher. Genau. Da ist er schon. Ob wir da heute laufen? Ja. Wir haben eine Info gekriegt. Wir laufen mal sechs mit. Wir werden euch mal gucken. Drum bleiben. Drum bleiben. Das ist so Arsenal. Das ist so Arsenal. Das ist so Arsenal. Ich bin dabei. Im Maranny und Soldaten. Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann geht's heute Abend ins Kino. Und die habt ihr schon gesehen. wo ich das Foto gemacht hat. Und dann fuhr ein Auto vorbei mit vier schwarzen jungen Herren. Also wer das kennt. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's. 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 Und dann geht's.